Willkommen auf unserem Kanal. Bevor Sie mit dem Video fortfahren, vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um ihn zu unterstützen. Das Management des FC Bayern München stand in dieser Zeit mit vielen Trainern in Kontakt. Es wurden Gespräche mit Xabi Alonso, Nagelsmann und Zidane geführt, aber keiner von ihnen hatte Pläne, bei Bayern München zu arbeiten. Schließlich wurde der Name von Max Eberl bei Hansi Flick erwähnt, aber Hansi Flick wollte einen Vertrag von mindestens drei Jahren, sodass keine Einigung mit Hansi Flick erzielt werden konnte. Jüngsten Berichten zufolge ist Thomas Tuchel wieder in der Gunst der Fans. Tuchel will noch mindestens ein Jahr bei Bayern München bleiben. Tuchel glaubt, dass er am Anfang Punkte verloren hat, weil er sich nicht an die Mannschaft gewöhnen konnte, aber jetzt, wo er sich an die Mannschaft gewöhnt hat, werden die Dinge einfacher sein und die Leistung wird steigen. Tatsächlich wollen viele Spieler der Mannschaft, insbesondere Müller, Leroy Sane und Musiala, weiter mit Tuchel zusammenarbeiten. Nach neuesten Berichten hat sich Tuchel mit Max Eberl getroffen und gesagt, wenn Sie mit mir weitermachen, garantiere ich Ihnen den Erfolg in der nächsten Saison. Ich glaube, dass wir mindestens das Champions League Finale und sogar die Champions League gewinnen werden, und drückte seine Zuversicht aus. Max Eberl hat nun die Nase voll von der Trainersuche und wird die Geschäftsführung von Bayern München davon überzeugen, wieder mit Tuchel zu arbeiten. Tuchel ist sehr glücklich, weil er sich hier beweisen will. Was ist Ihre Meinung zu dieser Angelegenheit, denken Sie, Tuchel sollte bleiben? Der Kampf zwischen Real Madrid und Bayern München um Florian Wirz ist eröffnet. Um den Star von Bayer Leverkusen, Florian Wirz, scheint es derzeit einen Zweikampf zu geben. Bayern München und Real Madrid führen das Rennen an, aber einige Medien glauben, dass der Abgang von Xabi Alonso nach Spanien im Jahr 2025 den Weg für Wirz ebnen könnte. Es ist bekannt, dass die Bayern seine Entwicklung in Leverkusen seit mehreren Jahren verfolgen. Und kürzlich deutete Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß an, dass ein Vertrag mit dem 21-Jährigen sehr wahrscheinlich ist. Es ist also klar, dass der Rekordmeister ernsthaft an dem Starspieler der Werkself interessiert ist oder sich zumindest Gehör verschaffen will. Doch sie sind nicht die einzigen, die ernsthaftes Interesse an seiner Unterschrift zeigen. Los Blancos bereitet sich Berichten zufolge darauf vor, Wirz bis 2025 zu verpflichten. Der 21-Jährige könnte Toni Kroos ersetzen. Dem Bericht zufolge ist der spanische Meister bei der Verpflichtung von Wirz weiter als die Bayern. Da Madrid bereit ist, Wirz seinen zukünftigen Weg zu zeigen, gibt es ein wachsendes Gefühl, dass der Mittelfeldspieler den Verein bevorzugen würde, der kürzlich die Bayern aus der Champions League eliminierte. Ein weiterer wichtiger Teil dieses Deals ist der endgültige Verbleib von Xabi Alonso. In Anbetracht der Tatsache, dass Madrid sowohl bei Alonso als auch bei Wirz an erster Stelle steht, werden die Bayern hart arbeiten müssen, um Los Blancos zu schlagen. Die Bayern müssen daher in diesem Sommer einige Änderungen an ihrem Kader vornehmen, um in der nächsten Saison um den Pokal zu kämpfen und sich als attraktiveres Ziel als Real Madrid zu vermarkten. Eine Verlängerung bei Bayern? Das ist die Situation von Kimmich. Hinter der Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern steht noch ein großes Fragezeichen. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft in weniger als zwölf Monaten aus. Bislang gab es keine konkreten Gespräche zwischen dem Verein und dem Spieler. Nun ist bekannt geworden, dass Kimmich auf ein Signal der Bayern-Bosse wartet. Obwohl die Verantwortlichen in München in den vergangenen Wochen immer wieder betont haben, dass sie den Vertrag von Joshua Kimmich verlängern wollen, haben Max Eberl und sein Team keinen Schritt für den Mittelfeldspieler gemacht. Laut Sky wartet er noch immer auf ein Signal des Vereins über seine Zukunft. Laut Kerry Howe von Sky wird eine endgültige Entscheidung über Kimmich nicht vor der Europameisterschaft erwartet. Der 29-Jährige fühlt sich in München wohl, will aber sicher sein, wie die Bayern mit ihm weiterplanen. Dabei geht es nicht nur darum, wer der neue Trainer sein wird. Auch andere Faktoren spielen für den vielseitigen Verteidiger eine Rolle. Kimmich will die Philosophie und die Zukunftspläne des Vereins kennen. Eines ist klar, Kimmich ist durchaus bereit, den Verein vorzeitig zu verlassen und ins Ausland zu gehen, wenn er von den Bayern-Bossen kein klares Signal bekommt. Zwei konkrete Interessenten gibt es bereits, Paris Saint-Germain und der FC Barcelona. Auch Manchester City soll an dem deutschen Fußballer interessiert sein. Pep Guardiola wird also im Sommer einen Versuch starten, wenn Kimmich wirklich auf dem Transfermarkt angeboten wird. In den letzten Tagen häufen sich die Berichte, dass die Bayern den brasilianischen Star Estevão verpflichten wollen. Das brasilianische Portal Goal berichtete kürzlich, dass der FC Bayern an dem 17-jährigen Flügelspieler von Palmeiras interessiert sei. Dem Bericht zufolge arbeiten die Münchner derzeit an einem Angebot, um den FC Chelsea im Rennen um das beste Talent zu schlagen. Laut Sky steht Estevão jedoch kurz vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Berichten zufolge befinden sich die Blues in fortgeschrittenen Gesprächen mit Palmeiras und dem Spieler. Estevão könnte den Verein im Sommer aufgrund seiner 50 bis 60 Millionen Euro schweren Ausstiegsklausel verlassen. Der brasilianische U17-Nationalspieler wird in seinem Land als der nächste Endrick gehandelt. Er wird im Sommer für rund 50 Millionen Euro von Palmeiras zu Real Madrid wechseln. Bayern Münchens Max Eberl hat die Nase voll von der Suche nach einem Manager. Wenn Sie die Suche des FC Bayern München nach einem Manager verfolgt haben, wird Ihnen in letzter Zeit der Kopf schwirren. Julian Nagelsmann, Hansi Flick, Oliver Glasner, Pep Guardiola, Robert de Cerbi, Erik ten Haag, Arne Slott, Ralf Rangnick – das sind nur einige der Namen, die man mit Bayern München verbindet. Stellen Sie sich vor, Sie sind Max Eberl und versuchen wirklich, jemanden für eine Aufgabe einzustellen, die komplizierter zu sein scheint, als sie tatsächlich ist. Max Eberl hat genug getan. Im Moment hat nur Tuchel das Sagen und ich denke, Tuchel wird bei der Mannschaft bleiben. Bayern Münn will Bruno Fernandes von Manchester United Der FC Bayern München ist nach Informationen des Independent daran interessiert, im Sommer den Kapitän von Manchester United, Bruno Fernandes, zu verpflichten. Der 29-jährige offensive Mittelfeldspieler ist frustriert über die derzeitige Ungewissheit bei United und darüber, dass er noch keinen großen Titel gewonnen hat. Dem Bericht zufolge wird angenommen, dass die United-Hierarchie zu einem Deal bereit wäre, da sie in diesem Sommer Spieler verkaufen müssen, um die Anforderungen der Gewinn- und Nachhaltigkeitsregel zu erfüllen. Sollten die Bayern den portugiesischen Star unter Vertrag nehmen, könnte sich für Thomas Tuchel die Möglichkeit ergeben, über diese Saison hinaus beim Bundesligisten zu bleiben. Tuchel wollte einen weiteren offensiven Mittelfeldspieler, um den Kader zu verstärken. Bayerns Versuch, Fernandes zu verpflichten, könnte eines der ersten Anzeichen dafür sein, dass der Verein entgegen seiner ursprünglichen Pläne an Tuchel festhalten wird. Die Fußballbosse von Ineos freuen sich auf einen großartigen Sommer bei United. Aufgrund der finanziellen Bestimmungen der Premier League werden die meisten Vereine jedoch verkaufen müssen, um zu kaufen. Und was ist Ihre Meinung dazu? Würden Sie Bruno Fernandes gerne bei Bayern sehen? Bayern-Star verpasst die Europameisterschaft. Goretzka steht nicht im Kader von Nagelsmann. Bayern-Star Leon Goretzka wird nicht für die Europameisterschaft in seinem Heimatland nominiert, berichteten Bild und Sky am Dienstag. Der 29-Jährige hatte bis zuletzt gehofft, in den deutschen Kader für die Europameisterschaft aufgenommen zu werden. Ich habe in den letzten Monaten alles versucht, mich von meiner besten Seite zu zeigen. Letztlich hängt es vom Bundestrainer ab, erklärte er am vergangenen Wochenende. Nach Bildinformationen hat Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Entscheidung persönlich mitgeteilt. Im März deutete sich an, dass der ehemalige Bayern-Trainer nicht mit Goretzka arbeiten wollte, weil der Mittelfeldspieler keine Einladung für die beiden Freundschaftsspiele gegen Frankreich und die Niederlande erhalten hatte. Sein letztes Länderspiel bestritt Goretzka im November 2023 bei der Niederlage gegen Österreich. Der 57-fache Nationalspieler verlor seinen Platz im Kader an seinen Teamkollegen Alexander Pavlovich. Der 20-Jährige wurde gestern in den vorläufigen Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen. Besonders schmerzlich ist dies für Goretzka. Goretzka ist seit der Europameisterschaft 2021 fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft und hat sich in den letzten Jahren zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Mannschaft entwickelt.